Also wir sind jetzt in der Kürzstraße und ich habe Red Violet nicht erklärt, was wir hier noch machen. Hast du eine Idee? Also es sind auf jeden Fall Sachen, die sind auffällig, die man jetzt so wegräumen kann. Tüte, Plastiktüte. Ist das drin? Da dürfen wir ja nicht drin. Also das Ding, es ist eine Aktion, auf die habe ich so... Ja, keine Lust. Aber irgendwer muss das ja machen. Ich habe da mal was vorbereitet. In der Kürzstraße, alles voll mit Glasschermen. Und ich glaube, keiner von uns Superhelden hat jemals Bock, Glasschermen zu sammeln. Weil das ist total mühsam und es dauert ewig. Aber, um der Aktion ein bisschen Papp zu geben, habe ich dir vorher was abgefüllt. Mach es mal schnuppern. Es müsste dich an unsere Aktion von eben erinnern. Der jute russische Wodka. Oh, warte, Brust. Warte, mir ist noch ein bisschen früh. Und zwar kriegt jeder von uns hier so eine Dose. Wer zuerst eine Dose mit Glasschermen voll hat, der ist safe. Der andere, der müsste dann halt ein Wodka trinken. Dein Glas ist mein Glas. Jetzt abfizierst du die Challenge. Ich nehme die Challenge an. Alles klar. Ich habe meinen Becher. Ich habe meinen Becher auch. Auf die Plätze. Fertig. Los. Bad Red Violin lässt ja nicht wehs. Ich habe hier zwei Flaschen abgefüllt. In einer Flasche ist Wasser. Und in der anderen der Wodka. Und ich hoffe, ich werde sie richtig schön besoffen kriegen. Ich erinnere auch große Dinger. Guck mal. Ich habe den ersten Becher voll. Der ist doch nicht voll. Der ist voll. Guck, der ist voll. Okay. Ich habe kurz, ich schüttel. Ich gehe noch mal in Ordnung. Warte, guck dir mal meinen an. Schüttel mal. Sagt der Unter. Du hast ja da auch eine halbe Flasche drin. Warte, nee. Na ja, eine Glasflasche. Warte, guck. Ey, hier ist mein Sammel... Ey, das sind meine. Ich würde sagen, mein Becher ist voll. Becher ist voll. Hi, Quamp. Er ist da. Einnehmen wir uns auf den Unentschieden. Okay, Unentschieden. Hast du mal den Unentschieden? Unentschieden. Krieg mal wieder hin. Alles klar. Auf den Umweltschutz. Auf den Umweltschutz. Zweite Runde. Auf die Plätze. Fertig. Los. Der Planet gewinnt, würde ich sagen. Geht schon, geht schon. Wir können weitermachen. Alles klar. Runde 3. Auf die Plätze. Fertig. Los. Warte, in meinem Handschuh. Jetzt lasse ich sie mal in der nächsten Runde gewinnen. Wegen einem Schluck von meinem Wassertrinken. Fertig. Bitte schenken sie sich einen ein. Schmeckt eins wert Wasser. Also alles wieder daneben. Nächste Runde. Los. Wenn ich so einfach jetzt. Mittlerweile schon irgendwie alles so weggebückt. Ich sag euch was. Ich bin fertig. 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 Ich habe zuerst gerufen. Weit vor dir. Aber nichtsdestotrotz. Ich klinge den jetzt einfach eben mit dir mit. Ja. Ja. Aber ich wollen halt trotzdem. Sie ist jetzt hier von mir. Das heißt, sie kriegt ja nicht mit, wie sie jetzt einen schönen Wasser bekommt. So. Und mein Wasser. Weißt du was? Ich glaube schon, dass du die wahre Gewinnerin bist. Lassschmecken. Äh. Lassschmecken. So langsam gewöhnt man sich dran. Ja. Ich habe mich auch schon dran gewöhnt. Aber nur langsam. Was ist das nochmal für ihn? Krasser. Ukrainischer Wodka. Abgeknetze. Fertig. Lass langsam. Halten Sie den mal schön ab. Schön unterhalten. Oh, ich habe einen Fundgrub entdeckt. Damit ist mir die nächste Runde auch schon sicher. So. Fertig. Fertig. Na ja dann. Tintin. Wir müssen jetzt. Irgendwas anderes machen. Leider sind hier noch viele, viele Scherben. Also ich vertrage noch ein bisschen was. Echt? Letzte Runde. Und den letzten Schnaps. Los. Jetzt wäre mal richtig Gas geben, dass ihr die Ohren schlackert. Das ist wirklich ein harter Glückmodus. Das ist voll. Fertig. Hui. Ich muss das eher zu halten, dass das drauf hängt. Lass uns doch mal einschenken. Ich würde jetzt ein Wodka mittrinken. Ich habe ja die ganze Zeit das Wasser jetzt trinken. Ehrlich? Na das ist ja das, was ich gerade versucht habe, dir zu sagen. Hey, komm, komm, komm. Den YouTube. Du wirst ja hier keine Ressource verstehen. Hallo. Hallo. Bis bald. Tschüss. Ich bin jetzt entsprachlos. Hat der mich gerollt? Auf Abstand. Auf Abstand. Auf rash, da tasted das. Auf know auf. Ich gehe jetzt zur Ause. Sauber. Auf dichих. Bis zum nächsten Mal.